Der BDS ist die Abkürzung für Bund der Selbstständigen Nord. Das ist ein Unternehmernetzwerk für Selbstständige, für Kleinbetriebe. Wir haben Mitglieder mit einer Mitarbeiterzahl von 0 bis 100 und wie gesagt, was es schon sagt, Netzwerken. Wir treffen uns einmal im Monat und da gibt es dann interessante Vorträge. Das ist ein großer Mehrwert. Wir haben einen Jahres-Neujahrsempfang und wir sind mit Begleiter der BDS, der Herbstmesse, einmal im Jahr in Norderstedt.